Hallo Leute, hier ist wieder euer Donsalzoro mit Let's Play Alün. Wir sind hier beim Froschgehege mal wieder. Ehrlich gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir hier vorgehen. Im letzten Part haben wir jedenfalls diese beiden netten Herren, die jetzt nicht mehr hier sind. Ja, wir haben mit denen das geschafft hier quasi, diese Aufgabe, die sie zu machen hatten. Die Ponzella-Statue zu klauen. Und ja, ekelhafter als auf jedem Festival. Jetzt ist die Frage, ich habe ja zwei Sachen, die ich machen muss. Eins ist, die dampfende Kacke mitzunehmen, quasi den Methan-Dampf. Alter, Wattenscheiß, voll der Methan-Dampf, der hier rauskommt. Mit Wattenscheiß hat er es ganz gut getroffen. Das erinnert mich an die schöne Stadt Wattenscheid, die nicht schön ist, glaube ich. Wie auch immer. Kann ich das Brett vielleicht damit benutzen? Mit Scheiße, sollte man nur im Sonderfall spielen. Nee, noch nicht. Ja, dann Baustellenlicht. Das ist Sonder. Das funzt so nicht. Ups, was wollte ich machen? Das funzt so nicht. Ach, das klappt gar nicht, okay. Puh. Aber ich habe auch nicht besonders... Wieso willst du denn eigentlich hoch? Geh hoch. Da klettere ich jetzt nicht zum Spaß hoch. Doch. Das ist aus allem gar nicht so schwer. So fett bist du nicht, Ben. Ne? Mensch, gut. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch den... Äh... Dingspfad. Impelfad. Hier haben wir den Weedpfad. Was ist das nochmal? Der Whiskypfad. Ah, Whisky, okay. Dachten wir schon, was das eventuell sein könnte, aber... Naja, ist das das? Der Bierfasspfad. Achso, Bierfass, genau. Puh. Ich habe fast das Gefühl, ich kann hier nichts mehr machen. Nun sitzen die Zahnräder still. Kann ich irgendwas damit machen? Die rausholen zum Beispiel? Das funzt so nicht. Ne. Aber ich brauche die ja auch nicht. Ich weiß, also wenn ich wüsste, was ich mit dem Frosch machen müsste, dann wäre es schon mal leichter Irgendwie muss ich ihn ja fangen 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 Warum fällt mir dazu nichts ein? Hier haben wir das Eichhörnchen Ein seltenes, einköpfiges Eichhörnchen Ich würde es einfach mitnehmen Ich werde mich ganz bestimmt nicht kaputtbeißen lassen Das funzt so nicht Das funzt so nicht So, du Miststück hier Was machen wir denn mit dem? Das funzt so nicht Das funzt so nicht Ah, ich hab grad wirklich wieder mal keine Ahnung, was ich tun soll Und gleich kommt wieder dieser furchtbare Frosch Halt einfach die Fresse Cool, er ist abgelenkt durch seine kläglichen Balzversuche Ich will ihm was geben, wie wär's mit Kaugummi? Das funzt so nicht Was, muss ich, ich muss doch irgendwie öffnen, fizieren, genau Nein, ach Das ist gut Das werde ich nicht mit einem Frosch benutzen Ne, ist klar Das funzt so nicht Das werde ich nicht mit einem Frosch benutzen Das ist alles so Das rächt mich auf Der Aussichtsturm ist auch völlig nutzlos bislang Obwohl wir eventuell von da aus die Rakete abfeuern Oder das weiß ich nicht so genau Ach Scheiße, ne Vielleicht brauchen wir auch erst den Frosch Und dann müssen wir in den Frosch irgendwie das Methan reinfüllen Das kann ja Wir gucken nochmal auf den Plan Genau, Frosch plus Methan Dampf Hülsentüren Naja Ach, das ist doch Ne, ich komm nicht weiter Ich komm einfach nicht weiter Es muss doch möglich sein, den Frosch jetzt einfach k.o. zu schlagen Ich hab genug Items Aber jetzt warte erstmal, seit ich seiner Hütte in Brand Das funzt so nicht Schade Wieso kann ich mir keine Zwille bauen? Ich versteh's nicht Ich versteh's einfach nicht Irgendwie muss das doch gehen Wisst ihr was, Leute Ich mag es zwar nicht, aber ich Irre jetzt ja auch gerade so unglaublich Ziellos herum inzwischen Dass ich jetzt wirklich doch noch einmal Möglichst wenig natürlich, aber Noch einmal auf die Komplettlösung gucke Ich mein, wozu ist die sonst da? Äh, und dann werde ich euch auch sagen Wie viel ich jetzt dadurch rausgefunden hab Ich will eigentlich nur wissen Wie ich mir eine Zwille baue Oder so, weil ich mir diesen Frosch hole Ich will nur erstmal den Frosch haben eigentlich Oder möglichst einen Tipp Wie ich weiter vorgehen kann Gegen diesen Frosch Äh Weil das nervt Irgendwann schon ein bisschen Besonders wenn dann die ganze Zeit Diese blöden Ich will ihn umbringen Okay Also bis gleich Dann, äh Ja, sehen wir uns wieder Bis dann, schauen wir uns zu So, perfekt Ich hab genau das erfahren Was ich wissen wollte Und nicht mehr Und nicht weniger Äh, ja Da wäre ich wohl Nicht so besonders schnell drauf gekommen Da hätten wir noch ein paar Parts rum suchen können Also, dieser Stein hat tatsächlich eine Relevanz Wie ich es mir dachte Ja, darauf hätte ich eigentlich kommen können Man macht das so Dann, ähm Puh Ich glaub Das war so Irgendwie Das will ich jetzt damit Verwenden Vielleicht kann man jetzt den Keileriemen verwenden Sehr gut Das hab ich nicht nachgelesen Dann war, glaub ich Äh Ja So funktioniert das nicht Jedenfalls noch nicht Ähm Benutze Kaugummi noch Sehr gut Festgepappt Yeah Was Okay, dass ich den Eimer haben will Darauf wäre ich nicht gekommen, glaub ich Ein Eimer Klar, da stand ja ein Eimer drauf Gott sei Dank Noch sauber Gar nicht bemerkt irgendwie Dann nehmen wir den mal Sehr gut Es hat funktioniert Irgendwie Mit der Kacke Mit Scheiße sollte man nur im Sonderfall spielen Okay, will er nicht Mhm Ach, aber ich hab noch was rausgefunden Es gibt irgendwie ein alternatives Ende oder so Aber Äh Das war mir jetzt erstmal zu verwirrend Das werde ich mir später nochmal anschauen Dann zeige ich euch das auch noch Aber das sind so Sachen, die man dann eigentlich nicht wissen muss Wie auch immer Nein, 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 Froschgehege Ach ja, da oben geht's lang, ne? Ja Gut Dann würde ich sagen Frosch Flux weg war er Ja, jetzt ist er Gefangen Und jetzt tönt ich ihn Nee, gut Ähm Kann ich jetzt auch meine Attrappe wieder mitnehmen? Nee Okay Äh Dann Schauen wir mal, ob wir den Frosch jetzt mit Kacke füllen können Und dann Haben wir's Tatsache Jo, damit hätte ich meinen Part erledigt Dann geh ich mal zum Turm und guck, wo die anderen Spackhaus bleiben Ah Ein Turm, guck der Tada Und schon sind wir hier Und ich will eigentlich nicht hier noch in die komplette Lösung schauen Aber zwei Teile haben wir schon geschafft Wollen wir nicht mal langsam abhauen Unterbrech mich nicht, du kleine Kinder Aber findest du es nicht ein bisschen langweilig? Oh ja Jetzt wo du es sagst Aha Da konnte ich vorher noch nicht hin, oder? Nee, nee, nee Da konnte ich noch nicht hin Das ist jetzt neu Oder kann ich da jetzt nur durch den Bug hin? Moment Hast du schon das neue Battlefront Star Soldier sehen? Nee, jetzt ist es wieder weg Ich verstehe es nicht Es war gerade wahrscheinlich ein Bug oder so Ja, ich bin hier der Bugfinder Die üblichen Dönergewürze Bekannt unter den Namen Grünes Die üblichen Dönergewürze Bekannt unter den Namen Bosporus am Abend Und das kann ich nicht mitnehmen Obwohl ich schwatt bin Puh Also bei ihm weiß ich jetzt gerade auch noch nicht Bei Anthony hier Kann ich wenigstens in die Spielzeit? Nein Klar Immer noch nicht Vielleicht gibt es auch hier noch einen Ort Wo ich noch hin muss Ich hasse es, Mats Es kippen immer um und so Und parken auch noch falsch Da gibt es nix Aber sie können es Da gibt es nix Ja, ja, rein Meine geliebten Konsolen Ich habe fast alles Auch einen alten Atari 2600 Da gibt es nix Schulsachen, Rechnungen, Mietverträge Und andere belanglose Sachen Ein bis zum Rand Voller Mülleimer Und das kann ich nicht mitnehmen Obwohl ich schwatt bin Jetzt würde ich jemals Pfand zurückbringen Ja, aber wir brauchen das Geld Kumpel, wir brauchen das Geld Jetzt nimm Jetzt würde ich jemals Pfand Das Küchenfenster ist vollgestellt Mit allem möglichen Müll Aber man sieht, dass er keinen Pfand zurückbringt Wo man für die ganzen Pfandflaschen Könnte man doch mehr Ich meine, das ist doch Oh, hm Ah Klopapier kann ich mir nicht mitnehmen Dusche Meine Dusche Das sauberste, was ich im Hause habe Weil ich mich nie dusche Sehr schlau von ihm Benutze die Seife damit Die Seife haben wir immer noch nicht verwenden können, oder? Obwohl doch vielleicht schon Ich werde nicht das Klo runterspülen Naja Oder war da noch ne Zahnbürste? Ich glaub, du wüsst zwar nicht, wozu ich sie gebrauchen kann, aber Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das passiert Ach Mensch Wie er doch immer so rumsteht, als hätte er keine Ahnung von nichts Ach Ich muss im Bus immer hinten sitzen Lame Wieso muss? Mag der Busfahrer keinen Spaß? Das finde ich aber auch asozial So Das ist alles nicht vorgesehen Okay Spielzeit Nichts, was Strom braucht Also will ich nicht rein Ach, Mann Oh Scheiße Ich will nicht bei ihm hier auch noch die Komplettlösung schauen müssen Das ist doch Aber ich habe einfach keine Ahnung, was ich tun soll Es erschließt sich mir nichts Da gibt's nix Ist die wichtig? Nein, die ist nicht wichtig Kennst du den neuen Türsteher vom Jogi? Da gibt's nix Woher zum Teufel weißt du denn, dass das Jogis einen neuen Türsteher hat? Ähm Der steht da halt immer, wenn man da so vorbeigeht Also nicht rein jetzt Na klar So, jetzt wissen wir auch, warum der Echt? Kannst du uns da billiger reinkriegen? Naja Verdammt Eine Sammlung von Videospiel-Action-Figuren Der Kerl sammelt auch alles Samus, Yoshi, alle möglichen Ach, Mensch Das ist schon ein bisschen scheiße grad Ich versuche erstmal wieder ihm alles zu geben Also ich nehme nur Bargeld, EC-Karten, Goldpaar und Organe und sonst nichts Bargeld habe ich nicht Habe ich EC-Karten, habe ich nicht Goldbarren habe ich auch nichts Und Organe Ich weiß nicht, wo ich die herkommen soll Können wir auch nicht mehr wechseln, schade Ein supi geiler Pappaufsteller, das ist die legendäre irakische Playstation 2 Das geht so nett Das geht so nett Was nein, den wollte ich nicht öffnen Ich will doch einfach nur Sie ist abgeschlossen Es kann doch nicht so schwer sein Und das kann ich nicht mitnehmen, obwohl ich schwatt bin Shadow Warrior Doom und Duke Nukem Forever Shadow Warrior Doom und das ist Wolfgang Eine Sammlung von Videospiel-Action-Figuren Wenn ich, habe ich, will ich nicht Ach man Langweilig Äh Shitty, kannst du noch? Ja was kannst du denn? Ich? Ja, jedenfalls mehr als du Zum Beispiel Meine Brüder veranstalten mal wieder Konzerte Meine Brüder veranstalten mal wieder Konzerte Ach als Maut Ach man Ich habe echt bei ihm keine Ahnung, was ich weiter vorgehen soll Ich habe es schon weit geschafft für meine Zwecke Aber mehr geht nicht irgendwie offenbar Furchtbar, furchtbar Meine Spüle hat noch nie so geil geglänzt Soll ich jetzt wirklich solche Sachen durchprobieren? Haha Nein, das muss auch anders gehen Das geht so nett Aber ich weiß echt nicht mehr, was ich da muss Es tut mir so leid Ach Scheiße Okay, ich gucke ein letztes, allerletztes Mal ein Stückchen weiter in die Komplettlösung Damit ich endlich weiß, wie ich jetzt hier gegen Wolfgang vorgehen soll Weil äh Keine Ahnung Ich habe alles ausprobiert, was für mich Sinn er gab bislang Mit ihm kommen wir auch nicht an so viele verschiedene Orte, die irgendwie Sinn machen Bestimmt habe ich wieder nur so einen ganz kleinen Schritt übersehen Das war ja bislang, naja, bis auf diese eine Na egal Also Ich denke, ihr nehmt es mir nicht übel Bis zum nächsten Part, ciao Euer Loreno 2 Zorro Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal